Zuhause bedeutet für mich runterkommen. Gerade nach den ganzen XTERRA Wettkämpfen war es für mich schon einfach schön zuhause zu sein, Zeit haben für sich selbst, einfach mal andere Dinge auch neben dem Sport zu genießen, Freunde zu treffen, um sich dann halt wirklich für die nächsten Wettkämpfe dann wieder voll ins Training rein zu hängen und zu fokussieren. Triathlon bedeutet einfach viel Zeit zu investieren und hartes Training, um dann wirklich später im Wettkampf auch erfolgreich zu sein. Das Heiter des Jahres ist auf jeden Fall die Ose-Challenge. Man ist auf heimischen Trays unterwegs, man trifft extrem viele bekannte Gesichter. Einfach wie eine Familie. Dann bin ich hier. Dann bin ich hier. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.